Hallo und herzlich Willkommen und da sieht man mal, was passieren kann, wenn man direkt anfängt und wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt fange ich gerade an und es geht 30 Sekunden und es ist dann tatsächlich vorbei. Ähm, super, äh, ja, dann, äh, ja, jetzt bin ich etwas sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Da hätten wir beim letzten Mal tatsächlich noch ein bisschen, äh, mehr, äh, ja, aufnehmen können. Das waren 30 Sekunden jetzt, ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire Rebellion. Ähm, ja, äh, und, äh, ich sag jetzt einfach mal Quit Game, weil wir haben es tendenziell ja jetzt geschafft. Wir machen mal hier ein Finish und wir schauen uns mal die Statistiken an, man sieht es hier sehr schön, wie wir, äh, so, wir haben jetzt letzten Endes knapp 6,5 Stunden gebraucht. Ähm, quasi 23 und ein bisschen was folgen, also Episoden vom Let's Play hier durch. Ähm, wir stehen überall natürlich ganz weit oben. Wir hätten, glaube ich, noch ein bisschen Spaß gehabt mit den ganzen Sachen, aber es ist tendenziell alles kaputt. Ähm, ja, und dann machen wir jetzt hier kurz das Review und, äh, naja, was heißt das Review? Äh, ich bedanke mich bei euch für das, äh, Zuschauen und, ähm, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt gerne nochmal, äh, ein Let's Play zu Sins of a Solar Empire Rebellion schauen von mir, dann schreibt es bitte rein in die Comments gerne, dann auch mit einer vielleicht einer kleineren Karte, die etwas, ähm, mit weniger KI Gegnern und, äh, vielleicht auch mit stärkeren KI Gegnern, denn die waren jetzt relativ, ähm, ja, klein, also schwach, sag ich mal. Und, ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich bei euch und, äh, ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei anderen Let's Plays. Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis, ja, nicht zum nächsten Mal Sins, sondern bis vielleicht zum nächsten Let's Play. Euer Simmel, ciao!